Jo Freunde was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal afufu und heute spielen wir mal nach langer Zeit wieder auf YouTube Fortnite versuchen einfach einen Sieg zu bekommen bei mir ist gerade draußen sehr windig ja ich hoffe wir schaffen es wäre cool auf jeden Fall ja und nicht wundern wenn ich da weil ich habe ein neues Aufnahmeprogramm da macht er manche Sachen doppelt zum Beispiel hier ich drück nur einmal nach rechts da ist er direkt da deswegen nicht wundern wenn ich manchmal Sachen mache die ich gar nicht mache ich schlage auch immer einmal mehr guck mal ich drück nur einmal und er macht direkt zweimal oh ich kann nicht editieren guck mal ich gehe auf Bauen ich laufe ich drücke einmal zack direkt weg challenge Runde ohne editieren und mit verpackten Sachen weil ich habe das probiert bevor ich das Aufnahmeprogramm gestartet habe war es noch nicht so ich weiß ich habe lange nicht mehr im Spiel wo land man denn die landen einfach mal Slappy weil der kenne ich mich ein bisschen aus schon wir kommen wenigstens ins Endgame oder ne wir landen mal so einfach da wo kein Ort ist was ist das denn Eis oh hier kommt sogar recht glaube ich ich habe schon viel Zeit gedrückt hier ist er gelandet er fährt mit dem Motorrad weg was ist das ich kann nicht ran ey oh man ist triggert das triggert richtig Digga wie soll ich so spielen ach man das triggert mich guck mal ich rieche einmal ran das sieht so verbuggt aus na egal kann sein dass es bei euch ein bisschen ruckelt das ist eigentlich voll gut ne das ist ja anders OP oh Digga ist ja anders OP ich habe nie was gesagt das fühlt sich alles so an als ich hacken ne das ist komisch nein ah oh jetzt ist wer der holt ab ne der kommt ne der geräumt nicht der ist jetzt wieder da unten oder wie ich check es nicht wo der ist ne schießt er da baut er was ab ich weiß es nicht was bringt ihm das eigentlich hier das zu essen oha es gibt mir viel ok das war jetzt ein bisschen los das zu essen ich konnte nicht klettern und stelle ich oh voll OP hier oben ne der war auch verpackt der wo ist der es ist kein Hack es ist richtig so tatsächlich egal ob mir das glaubt oder nicht was ist das denn nein nein oh Digga ich weiß nicht was das ist oh das ist einfach voll schnell wow äh ich guck mal was da was öh was denn jetzt ich bin ein Macho oder so ii was ist das denn es liegt schon wieder wer oh 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 ohne Witz ein wo ist er her hm Was ist denn noch da? Oh, es macht Feuer weg. Hä? Ich weiß nicht. Wo gehen die denn immer hin? Ich check das nicht. Hä? Ich bin... Bin ich dumm, oder? Hä? Hier unten wird jetzt geschossen. Ist aber nichts. Doch da. Ah! Wo? Da oben. Hielt sich. Oh, jetzt geht der runter. Muss den nochmal neu parkieren. Oh, jetzt kommt der wieder hoch gleich. Drei Leute! Nee. Oh! Oh, okay. Das ist so. Was ist denn so bot? Jetzt ist doch nur eine MP auf Weitkampf gerade. Fernkampf. Schießen die? Team die? Als ob die Team, Bro. No way. Hey. Hä? 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 Habt ihr das gerade gesehen? Hä? Wie OP war das denn? So, dann müssen wir durchmatsch. Jetzt Super Sonic. Hä? 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 Oh, hallo. Oh, hallo. Bam. Was ist los? So. Nehmen die Gärten jetzt mal nicht mit. Jetzt brauch ich auch wieder Munition. Warte, ich mach wieder Back. Der ist das okay. Okay. Pippie. 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 Ich hab jetzt einfach das mitgenommen, was da war. Oh. Irgendwann kann ich auf einmal... Oh, auf einmal ist wieder alles normal. Oh, das ist ja cool. Ist wieder alles normal. Oder? Ne, doch nicht. Nur so ein bisschen normal. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh. Wo versteckst du mich? Komisch. Was hier unten wäre. Hallo? Good morning. How are you? Das ist Backpack. Das ist Backpack. Das ist Backpack. Ein Ei. Schliffeln lassen. Was bringt mir das? Wow. Ich hab ein Dino. Let's go. Einfach ein Dino. Kann ich hoch? Oh, Zone-Kommentar. Ich hab' nicht gecheckt. Ich bin nicht wundert, dass ich in diesem Video ein bisschen verwirrt bin. Es ist schon sehr spät, wenn ich das Video aufnehme. Ja. Schreibt mal eine Eins in die Kommentare, wenn ihr auch Ferien habt. Das ist eine. Ja. Jo. Warte, ich werd's nochmal machen. Der Dino kann auch mit Matsch sein. Okay. Bam. Und zack. Nein. Warte, er kann sich TP'n, ne? Der konnte sich TP'n. Aber gerade ist wieder alles normal. Ja, außer ein bisschen. Damage. Ich hab' noch keinen Spaß gefunden, ne? Das ist sehr fadig. Ich hab' aber schon zwei Kürze. Komm' ich hier hoch an. Bam. Oh, was war das denn? Jo. Das sah' anders komisch aus, gerade. Was war das? Ah, hier ist eine Insel. Der Spawn. Ich liebe das. Hier ist wer. Komm her. Oh, ich will mal irgendwann, ich sneaker nicht. Ich sneaker doch. Da. Ja. Boah, wie schnell. Oh, es war ein Bot. Egal. Ist da wer auf der Insel? Ich seh's nicht. Oh, der schießt. Ich glaub, da ist ein Rand auf der Insel. Ich glaub, da ist ein Rand auf der Insel. Ich hab' noch gar nicht drauf. Ich hab' noch gar nicht mehr hier drauf. Also. Scheiße. Nein. Ich hab' noch ein Schampettchen. Oh, mal hin. Ich hab' noch ein Mesh-Kit oder was? So ein Biss. Nein, nein, nein. Ich hab' noch ein Schattchen. Let's go! Was ist los? Oh, der große Filmbot gehabt! Ich kann auch wieder auf einmal kommen, das ist so mega schön, wenn du nicht essen. Woher? Was hat denn für eine verpackte Waffe hier oben? Wenn auch ein bisschen Eisblendiges zu holen. Das ist so mega schön, das ist so mega schön, das ist so mega schön. Das ist so mega schön, das ist so mega schön. Das ist so mega schön, das ist so mega schön, das ist so mega schön. Das ist so mega schön, das ist so mega schön. Das ist so mega schön, das ist so mega schön, das ist so mega schön. Ciao, ciao! 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 Ciao!